Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Trials auf dem Bergwerk Lab Server. Mit dabei ist Denise. Wie immer. Wo bin ich denn gelangt? Ich bin richtig schreißig. Wir haben eben kurz einen Hacker aufgenommen. Ja, jetzt musst du das nicht die ganze Zeit sagen. Der ist jetzt hier in der Runde mit drin. Ja, natürlich ist er in der Runde mit drin. Leider ist hier keiner drin, der irgendwie bannen kann. Aber ich denke mal, dann hätte der das auch nicht getan. Ja, ich mach das nach dem Video. Erstmal schnell ein Holzschwert. Und zwar muss man sich jetzt hier Sachen craften. Also man muss sich nicht unbedingt Sachen craften. Hier gibt es so Kisten, die ihr da unten seht zum Beispiel. Ja, das ist das halt, ne? Hier, da sind so, wie nennt man die nochmal? Darf ich nochmal sehen. Gutscheine. Und in den Gutscheinen, wenn man die im Craftingfeld, im kleinen Craftingfeld, reinmacht, kriegt man so kleinere Dinge. Und wenn man die in den größeren macht, kann man halt irgendwie Sachen bekommen, die teurer sind oder wertvoller sind. Wie zum Beispiel, hab ich eben ne Diorüstung oder sowas bekommen in diesen Kisten. Ja. Ja, ja. Und ich hab auch so nen Trick gefunden, wie man schneller diese Kisten looten kann, statt jetzt einzelne Dinge rauszunehmen. Und zwar macht man die einfach auf und macht das dann auf und dann liegen die um den Boden. Achso. So, und dann werde ich jetzt mal direkt, wie weit sind die entfernt hier? Machen wir nur 70 Blöcke. Da gehen wir erstmal. Wie gerade, man hat die unten, wie ihr sehen könnt, vielleicht Blutrausch und Blutdurst. Und ich auch gar nicht kapiere, was das beides ist, ne? Doch, klar. Ich weiß nicht, ob du kämpfen musst. Bei, ähm, bei Blutdurst, äh, ja, du kriegst halt die Effekte darauf, ne? Wenn du, äh, so, warte mal, ich mach mal eben. Goldapfel, nen Trank, neun Eisen, noch nen Trank, nen Amboss und dann machen wir noch die kleinen. Vier Enderperlen, perfekt. So, haben wir erstmal neun Eisen, dann machen wir erstmal... Okay, ich hab mir jetzt ein besseres Schwert machen können, aber... Das machen wir jetzt noch nicht. Also, ihr seht vielleicht, ich, äh... Mir fehlt Essen. Wie weit ist der entfernt, 100 Blöcke? Ich brauche natürlich was zu futtern. Nein. Ähm, ja. Was soll man noch, ne großartig, das zu sagen? Also, es ist so ähnlich wie Endergames. Ich finde es überhaupt nicht wie Endergames, eigentlich. Doch, ich finde das schon sehr ähnlich. Ich muss erstmal eben Goldapfel und dann versuche ich mal anzugreifen. Einfach so wie, ich weiß nicht, ob das jeder kennt, so von, äh, Funwell, Lucky... Da ist einer. Bist du das? Bist du gerade Wasser? Ja. Ja, okay, dann lass ich dich jetzt raus. Ich hab's gerade den Goldapfel gegessen, extra dafür. Die Schweine sehen aber sehr komisch aus. In dem Tisha-Pack. Das ist aber schön. Bei mir sind sie so grau. Kann auch sein, wegen dem Sound-Pack. Okay, jetzt ist nur noch der, äh... Nur noch der, ähm... Gewisse Typ da. Ach so, ach so, der Hacker. Wunderschön. Ja, mal gucken, ob der hier gleich irgendwo in der Luft hier fliegt. Ne? Dann teamen wir mal, wenn wir den beide sehen. Das ist mega. Ich weiß nicht, ob man die auch teamen darf, deswegen... Sag ich das jetzt doch gerade. Oh, ich bin komplett nur voll Trinke, ey. Ich muss mal lieber auch so den kleinen machen. Das ist, glaub ich, erstmal besser. Ich hab richtig scheiß Sachen bekommen. Ich hab einfach nur Brot bekommen, einen Goldapfel, Änderperle, äh... Lava einmal... Wird ihr dir denn auch einen gezeigt oder ist das jetzt wieder ein Bug? Ne, der wird mir angezeigt. Okay. Ich find aber auch keine Kisten, ne? Wir, wir, wir werden die überhaupt finden, ne? Ich hab ein Dierschwert. Ich find Diersch... Okay. Komm, ich mach dir auch ein Dierschwert, weil ich lieb bin. Ja, mach mal. Komm, du hast mir eingesammelt, wie wir? Äh, hier. Das war irgendwie schon fertig, auf einmal. Dann hast du das doch hingeschmissen, oder was? Hä, ist der jetzt... Der ist nicht mehr da. Hat der das Spiel verlassen? Er hat das Spiel verlassen. Ja, geil, okay. Dann müssen wir jetzt so kämpfen mit den Sachen, die wir gerade haben. Warte, warte, ich mach mir noch eine Lederrüstung. Ich hab grad Heder mit mir zu bekommen. Okay. Was haben wir denn hier für schöne Trinke? Okay. Mein Essen noch. Okay, ich hab wirklich nicht gute Rüstung. Ich hab gar nichts. Das tun wir nicht so. Ja, okay. Drei, zwei, eins, go. Ich wusste, dass das was. Boah, mein Wirt ist ja mega schnell. Yay. Ja, ich hab schon eh nur Lederrüstung. Fünf Färzen hast du noch, ey. Ich hab nicht so gut geschlafen. Ja, ich hab ja nicht wirklich was. Nice, nice. Oh, scheiße. Ich konnte den Rand nicht mehr schreiben. Okay, das war jetzt sehr schnell. Sollen wir noch einen dranhängen? Ja, natürlich machen wir noch einen dranhängen. Hängen wir noch einen dran. Bis gleich. вообще dash. Ciao. Sauber ciabend. Bis gleich.